Was geht? Der Lenny mal wieder hier. Und willkommen zur zweiten Ausgabe von... LENGEN FAUS HOLD Geil, ich liebe dieses Intro. Ganz kurz, ganz knackig, diese Episode wird richtig fett. Ey, so richtig fett. Speckbäuche, vereinigt euch. Es tut so weh. Ich weiß, die Moneyboy-Ära ist zwar vorbei, allerdings hat mir die gesamte Zeit unter all den vielen Parodien, die auch viele große YouTuber gebracht haben, unter anderem, irgendwie so das gefehlt, was mich so richtig zum Lachen bringt. Und BAM! Da kommt der Herr Mike Ross einfach so aus der Ecke und bringt genau das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Meine Damen und Herren, ich freue mich, ihn stolz präsentieren zu dürfen. Zeig den Speckbauch. Kleine Hörprobe gefällig? MSK sind weg. Zeig den Speckbauch. Steige kurz auf die Waage, sie dreht ab. Yeah, ich bin ein Fettio. Es ist so viel Spaß, gut jeden Tag. Ich finde es echt geil. Pass fast nicht mehr durch meine Wagentür. Ich bin echt breit. Kannst du es verstehen? Ich fresse fast mehr wie ein T-Rex. Klamotten sind so groß, sie sehen aus so wie ein Bierzelt. Oh mein Gott. Ciao. Ich persönlich finde es einfach super geil, super witzig. Das Geniale an dieser Parodie ist einfach, dass der Text genauso geschrieben ist, dass er sich auch auf den Originaltext reimt von Moneyball. Sowas wie... Oh mein Gott, meine Oma kocht. Ich mache nicht halt und bin bis oben vollgestopft. Dies ist einfach nur zu geil gemacht. Links zu dem Lied findet ihr unten in der Beschreibung. Ich denke, ich werde den Download-Link vielleicht auch noch bereitstellen können, dürfen, müssen, sollen. Falls ja, dann werdet ihr den in der Beschreibung ebenfalls finden. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das Ganze nochmal anzuhören. Macht es berühmt, macht es viral, verbreitet es, teilt es, liked es, kommentiert es, bewertet es, favorisiert es. Tut es einfach. Hier findet ihr die letzte Episode von Landing for Short, die allererste, quasi die Pilot-Episode. Eine Grafikmod in Battlefield 3 könnte euch im schlimmsten Fall zu einem ziemlichen Verhängnis werden. Wenn euch das Thema und das Format interessiert, einfach hier draufklicken, es wird sich auch ein neues Fenster öffnen, keine Sorge. Das war's von mir, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao!